Das ist geil. Geil, jetzt müssen wir gleich hier mal gucken. Das ist aber faszinierend. Ja, faszinierend. Das ist Wahnsinn. Geil. Ich hätte eigentlich gerade gedacht, die macht die nicht los, weil die macht ja auch ganz schön Kabel. Wissen Sie, wenn die los startet? Also doch. Jetzt drei Mann. Geil, guck mal. Guck mal. Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Das ist noch nicht normal. Was ist denn da? Ja, wir sind da. Geil. 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 Das ist ein Schuss, das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das Flughafen haben wir sonst alles bekommen, also das gibt es nicht mehr. Das sind echten Suchebilder, bevor wir mit der Arbeit in der Fluggebildung waren wieder hier. Letztes Jahr war ich drei Jahre, drei Mal hier. Wie ist der Platz, wie ist der Tenalkraft so gut? Das haben wir jetzt nicht mehr. Und das ist natürlich nicht mehr. Das ist ja, weil wir jetzt nicht mehr so gut sind. Ich habe das keine Zeit, ich habe das keinen Zeitpunkt. Ich kann das nicht mehr, ich habe das nichts mehr. Ich habe das nicht mehr. Ich habe das nicht mehr Zeit. Ich konnte es nicht mehr. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR